Meierhofer in der derzeitigen Verfassung, der beste Abwehrspieler der Liga. Und Oskar Neudeck mit seinem ersten. Für die jungen Spieler ist das eine gute Sache. Die Trainingsqualität bei den Bundesligisten ist die eine Sache, aber gerade im jungen Alter entwickelt man sich mit viel Spielpraxis. Das ist natürlich am meisten weiter. Und da ist es dann natürlich gut, dass unsere jungen Spieler auf hohem Niveau in der dritten Liga viel Spielpraxis sammeln können, um sich weiterzuentwickeln. Wenn man dann wahrscheinlich auch mehr Verantwortung nimmt? Ja, natürlich. Stark gemacht. Der ist motiviert, Jakob Neudeck. Oskar, nicht Jakob. Oskar Neudeck. Mehr Tore in Überzahl bekommen als selber erzielt. Das sind natürlich solche Sachen, die wir uns nicht erlauben dürfen. Hier hatten wir jetzt Glück, dass die Abwehr im Kreis steht. Ansonsten seine Stürmerfolge. Ja, der Junge übernimmt Verantwortung. War wichtig dieser Angriff jetzt tatsächlich, um dran zu bleiben noch in der Schlussphase dieses Spiels. Schön zu sehen, dass gerade einer wie Oskar Neudeck da ansitzt. Herr Präsident, Herr Präsident! Herr Präsident, Herr Präsident! Herr Präsident, Herr Präsident! Herr Präsident!